Herzlich willkommen bei unserem Übungsvideo. In den folgenden Clips begleiten wir Sie durch sieben Übungen, mit denen Sie Ihren Alltag bewirkter gestalten können. Gemeinsam werden wir mit dem Türmchenbauen an der aufrechten Haltung arbeiten und darauf aufbauend unsere Rumpfmuskulatur mit Türmchenneigenkräftigen. Für Ihr besseres Bewegungsgefühl können Sie die Übung Beckenkippen anwenden. Anschließend folgen zwei Anleitungen, welche das bewusste Aufstehen und den Einbeinstand erklären. Die letzten beiden Übungen behandeln die Mobilisation des Schulter-Nacken-Bereichs. Nun kommen wir zur ersten Übung. Diese nennt sich Türmchenbauen. Hierzu verwenden wir das Prinzip der Bausteine, welche Becken, Brustkorb, Schultergürtel und Kopf sind. Schlussendlich sollen diese unverschoben übereinander gestapelt werden und in den folgenden Videos behalten Sie das aufrechte Türmchen bei. Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines stabilen Sessels. Achten Sie darauf, dass Ihre Oberschenkel und Ihre Zehen nach vorne zeigen, Ihre Füße unter den Kniegelenken sind und die Beine circa einen Fuß breit auseinander stehen. Überkreuzen Sie die Arme vor dem Oberkörper und bringen Sie Ihre Bausteine, Becken, Brustkorb, Schultergürtel und Kopf in einer Achse übereinander. Der Blick ist geradeaus. Als Hilfestellung denken Sie an einen Marionettenspieler, der Sie an einer Schnur befestigt an Ihrem Hinterkopf in die Höhe zieht. Diesen Sitz bezeichnet man als aufrechtes Türmchen. Folgend wird Ihnen die zweite Übung, Beckenkippen, angeleitet. Setzen Sie sich auf die Vorderkante eines stabilen Sessels. Achten Sie auf einen aufrechten Sitz, wie zuvor als Türmchen beschrieben. Versuchen Sie nun, Ihren Bausteinbecken langsam über Ihren Sitzbeinhöcker nach hinten zu rollen. Kommen Sie in die Ausgangsstellung zurück und kippen Ihr Becken jetzt langsam nach vorne. Sie können, um die Bewegung besser zu spüren, Ihre Hände an den Beckenkamm legen. Beim Kippen nach vorne senken sich die Finger, beim Kippen nach hinten senkt sich der Daumen. Als nächste Übung haben wir das Türmchenneigen vorbereitet. Nehmen Sie die Position des Türmchens ein. Spannen Sie Ihre Rumpfmuskulatur an, indem Sie den Bauchnabel einziehen und halten. Neigen Sie nun Ihren aufrechten Oberkörper wenig nach vorne. Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und neigen Sie jetzt Ihr gerades Türmchen wenig nach hinten. Die Bewegung kommt aus dem Becken. Versuchen Sie im Laufe der Wiederholungen immer mehr nach vorne und hinten mit geradem Rumpf zu neigen. Das vierte Video zeigt das bewusste Aufstehen aus der sitzenden Position. Nehmen Sie als Ausgangsposition die Türmchenstellung ein. Die Beine stehen faustbreit nebeneinander. Ziehen Sie die Füße so weit unter die Oberschenkel, dass diese noch vollen Kontakt zum Boden haben. Verlagern Sie Ihr Gewicht mit einer Vorwärtsneigung des Rumpfes nach vorne und oben. Gleichzeitig versuchen Sie die Beinmuskulatur anzuspannen, die Beine durchzustrecken und langsam und kontrolliert aufzustehen. Das Türmchen soll zu jedem Zeitpunkt in seiner Achse bleiben. Die nächste Übung erklärt den Einbeinstand. Stellen Sie sich in eine leichte Schrittstellung und halten Sie Ihr Knie mittels leichter Beugung über den Standbeinfuß. Ziehen Sie den Bauchnabel zur Aktivierung Ihrer Rumpfmuskulatur ein und verlagern Sie das Gewicht auf das Standbein. Heben Sie nun das andere Bein vom Boden ab. Achten Sie darauf, dass Ihr Becken eine parallele Linie zum Boden bildet. Zur besseren Überprüfung können Sie Ihre Hände auf Ihren Beckenkamm legen. Schließlich die erste Mobilisationsübung für den Schulternackenbereich. Stellen Sie sich verkehrt an eine Wand. Ihr gesamter Rücken soll diese berühren. Die Arme hängen neben dem Körper herunter und das Becken und die Beine stehen leicht gebeugt und faustbreit auseinander. Achten Sie darauf, dass der Körper in dieser aufrechten Position bleibt und heben Sie Ihre Schulterblätter an der Wand entlang nach oben. Am höchsten Punkt kurz halten und danach langsam so weit wie möglich nach unten bewegen. Bringen Sie Ihre Schultergürtel wieder in die Ausgangsposition. Versuchen Sie nun, dies einige Male zu wiederholen und die Rumpfaufrichtung sowie die anliegenden Schulterblätter beizubehalten. Als letzte Übung die zweite Mobilisationsanleitung mit besonderem Fokus auf den Schultergürtel. Stellen Sie sich mit Ihrem Blick zu einer Wand. Achten Sie auf eine gerade Körperhaltung. Ihre Beine stehen hüftbreit. Legen Sie nun Ihre Handflächen an die Wand. Die Ellbögen sind leicht gebeugt. Nun führen Sie Ihre Handflächen so weit als möglich nach oben und so weit als möglich nach unten. Wichtig dabei ist, dass Sie den Kontakt mit Ihren Handflächen an der Wand nie verlieren und Ihr Schultergürtel nicht hochsteigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit unserem funktionellen, interaktiven Training. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.